Ich finde das bei Controller besser, weißt du, machst du die Falltasten und hast direkt die Waffe, die du haben willst. Fährt Jojo bei einem mit, oder? Wie machen wir es? Egal. Ja komm, fahr ich bei ihm mit. Ich war alleine. Warte. Lol, jetzt bin ich bei Leo dran. Gut, dann fahr ich doch alleine. Ich wollte mich eigentlich zu dir teleportieren, ich steig aus. Äh, müssen wir das bei Z abgeben? Ja, ne? Warte, ich guck mal, geh du mal zu Z, sonst ruhig. Ja, ich geh mal zu Z oder zum schwarzen Brett, schwarzes Brett. Zumindest können wir bei schwarzem Brett was abgeben, der ist ein Ausrufezeichen. Was wollte ich bekommen? Die Legende von Mo und... Lol, ey, ihr habt das bekommen, ne, für diese Mission. Und ich bin Level ab. Oh, wir sind alle Level ab. Und bei Z, ich guck mal. Was willst du? Ne, weil jetzt können wir nichts anschauen. Warte, bei, äh, bei Markus, ne? Warte, da wo... Juro gerade rumpilliert. Warte? Ja, keine Ahnung. Oh, hier gibt's Waffen, warte mal. Toi. Oh. Wichtig verarschen, die Waffen sind verscheiße hier, Alter. Oh, warte, ich muss erstmal, äh, Skillpunkt einsetzen. Das, ich bleib mal hier bei dir, ne? Ähm, warte, steigert die Magazinkapität für alle Waffen, heile Teamkameraden, indem du auf sie schießt. Nein, das haben wir gesagt, das nehmen wir nicht mehr. Die Anzahl der Schüsse pro Feuerstoß. Hm. Ich glaub, ich mach... Mach ich. Äh, in, woanders hinweisen. Lol. Äh, egal. Äh, ich guck jetzt erstmal, wo ich mein Skillpunkt reinsetze. Ich mach genau, genauigkeit für Projektilschaden. Keine Ahnung. Ja, guck mal, steigert den Projektilschaden für alle Waffenarten. Das ist nice, aber... Ja, ich hab... Da hab ich auch genauigkeit gesteigert. Ähm, was hab ich hier? Ja, ich hab... Da hab ich auch genauigkeit gesteigert. Ähm, was hab ich hier? Ne, ich glaub, ich geh eher auf die Nach- und Unterstützungsschiene. Oder soll ich Sanitäterschiene machen? Mach hin, ne Chris. Ey, wir machen erst die Schöpfungsteilante. Ja, ey, was soll ich leveln, Jungs? Ja, hau raus, was hast du denn? Äh, mehr Schaden für mein Geschütz. Ähm, das, äh... Also, dass du dein Schütz generell mehr Schaden macht. Dann Unterstützung, also sowas, was mit Muni und so zu tun hat. Oder halt, äh, Heilung. Ja, hast du Heilung schon angefangen? Also mach erstmal voll, bevor du irgendwas anders anfängst. Ja, ich hab... Fünf, 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 ich hab... Ich kann jetzt neu anfangen. Ich kann, ähm, heile Teamkameraden, indem du auf sie schießt. Steigert die Magazinkapität für alle Waffenarten. Ähm, mehr Schüsse von meinem Geschütz. Wenn ich irgendwas töte, krieg ich einen Schild-Boost für kurze Zeit. Und, oder das Geschütz macht halt mehr Schaden. Oder ich mach... Meine Waffen machen mehr Schaden. Ja, mach Geschützschaden. Okay, das hilft. Geschützschaden. Ja. Alles klar. Ey, ihr... Schnauze hier. So. Ja, seid ihr fertig? Dann machen wir jetzt die Schokos-Verte. Warte, ich will... Warte, Dreieck? Weil abliefern, dann müssen wir noch irgendwo anders hinlaufen. Jo, drück mal Dreieck, wenn du... Wenn ich fahren soll. Dreieck ist... Lass uns weg. Oben. Ah. Jungs, ihr müsst sagen, seid ihr fertig? Dann kann ich immer schon die Reise initiieren. Wie jetzt? Ach, du reise schon. Ich bin ja schon da. Leute, wo sind wir denn? Ach, Lost Cave. Ach genau, das war das, wo wir letztens vorbeigefahren sind. Wo ich sage, das sieht so schön aus. Jo. So im Nachhinein. Vielleicht nicht mehr. Ja, also... Sagen wir's so, zu Hause finde ich's schöner. Ach, die... 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 Die ekelhaften Krabbeler, Alter. Ich hoffe... Ich mach kein Damage an ihnen. Lol. Die muss man irgendwie von hinten töten, ne? Oder wie? Ne. Aus Schottland. Oder wenn die hochgehen, musst du damage. Lol. Der eine Dude verschwindet gerade einfach im Boden. Ja. Äh, ich muss Waffe wechseln. Äh, ich hab ne Schusswaffe. Die schießt verdammt langsam, wenn die jemand haben will. Wenn mal jemand haben, gucken. Ja, ich hab schon ne Snipe, die ist eh schon langsam. Das ist eigentlich 24. Äh... Schockkristalle. Kann ich die hier einfach abschlagen, oder? Ja, musst du. Achso, ne. Die kriegst du ja angezeigt. Wie siehst du? Warte. Hey, hier musst du einschrännen. Das hier ist ein Schottkristalle. Chris, hier. Was? Wo bist du? Ah, ich komm mit der Karte nicht zurecht. Mann. Da musst du einmal draufschießen. Kannst die Erde einsacken. Okay, drei haben wir schon. Na gut, das ging ja. Kriegt man pro Teil drei, oder? Mh, unterschiedlich ist er wahrscheinlich. Hast du nicht Borderlands 1 durchgespielt? Ich nicht. Ich hab Borderlands 2 durchgespielt, auf jeden Fall. Und Borderlands 1, glaub ich, muss ein paar wissen. Bis Level 25 hab ich gespielt, warte nicht. Alter, gib mir nicht auf den Sack. LOL. LOL, das Ding verkrätzt dich einfach. Aber die geben ordentlich XP, hab ich das Gefühl, oder? Ja, die geben's doch nicht gut. Oh, irgendwas hat mir grad ordentlich viel gegeben. Mein Schützschicht ist so genial, Alter. Da hinten. Krab in Wurm. Alter, ich seh' nicht, die ganze Körper seh' ich gar nichts mehr. Ist so, ne? Überall liegen Leichen. Guck mal, da, ich feine. Du erkennst nicht, welche tot sind und welche nicht, ne? LOL. Muss ich verstehen, was der Dude da ist. Alter, die geben richtig gut XP, Alter. Die geben krass XP, vor allem nicht so schwer find ich die nicht. Alter, da fand ich die Alphas Gags grade schlimmer. Ja. Voll. Äh, Leute, hier hat sich schon wieder einer verbisst. Ja, ich komm hoch. Ich schelf dir, Leo, sammelt schon mal ein. Das kann ich ja wenigstens lachen, das ist ja nix für's. So nicht. Keine Ahnung. Hab ich gemacht. Das heißt sich jetzt. Juhu. Ja, good job, Leo. Er macht erstmal seine Fähigkeit. Nahangriff. Ain't nobody got time. Fähigkeit. Ja, wie macht man den? Was? Äh, rechten Stick reindrücken. Wie bei jedem Ballerspiel auch. Ja. So, Leute, der hängt noch ein paar. Nicht jedes Ballerspiel ist gleich, deswegen hab ich extra nochmal Gefahr. Die Wahrscheinlichkeit, das ist bei fast allen... Oh, guck mal, ich hab noch welche gefunden. Wee, le, 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 ich hab auch Gegner gefunden. Ja, die ist ein bisschen härter. Oh, ey! Die ist ein bisschen härter, ich werfe mal auf... Ich hab keine Granaten. Wart, ich weg... Oh, Sturmge... Ich muss nachhören. Was? Alter, das ist so... Ziel, Alter. Ich hab elf Leben. Ah, ich hab elf Leben. Oh, ich bin tot. Dodge! Wo meinst du mir? Nein. Ich weiß auch. Ich krieg gar... Oder so. Jojo. Jojo. Zu mir am besten. Ich hab'n Medi-Kick gefunden. Aber Leo hat'n Medi-Kick gefunden. Alter, willst du mich denn nicht schu... Ja, schubst mich doch durch die Gegend. Der Beste noch nicht hier. Kinder, Alter. Komm her. Oh, hinter uns irgendwas ein Knaller. Der Schocks-Gag. Und ich bin tot. Jojo. Leute, der Anstuch... Alter, Jojo, überlebe, überlebe, überlebe. Nein, Chris. Was? Nein, er muss mir helfen. Nein! Nein, hinter dir, Leo. Auf der anderen Seite, hinter dir. Komm. Hast du die Knitte? Komm. Sieg ein. Alter, fack. Ach du Sack. Alter, ich sehe... Wo ist der Schocksteck? Ich kann... Alter. Ich red... Hallo, Jojo. Jojo, redet einfach von mir vorbei. Das hielt mich und ich werde während der Zeit nicht attackiert. Deswegen... Eigentlich kann's sein. Loil, jetzt hast du das Ding aber weggebracht. Goil. Oh, fuck. Hinter dir, Leo. Kannst du mir jetzt helfen? Der Betty. Der Betty. Seh einfach. Leif bei. Leif bei. Leif bei. Vielleicht extrem. Wo ist Jojo? Hast du Jojo gerettet? Oh, ich weiß nicht. Ich komme mich um den Dude hier. Ja. Ich komme mich um den Dude hier. Oder vielleicht noch nicht. Oder so. Da ist noch... So. Ey, ohne Witz. Was? Ich hätte vielleicht nicht hier hoch werden sollen. Oder so im Nachhinein. Nein. Ich komme nicht bis hier super schön. Was die Kleiner wird am besten übrig für... Oder so. Aber du bist direkt wieder in der Säure, Alter. Keine Chance. Ich bin im Sprung grad. Ich bin im Sprung grad. Danke, keine Muni. Ey, der Waffenkiste. Wo ist Leo? Wo ist Leo? Leo ist Leo nicht? Wo bist du da? So, gleich hab ich mein... Ich hab geschützt wieder. Ich hab geschützt wieder. Kommt hier rein schnell. Weiß egal. Da ist nämlich anfällig für Nordkopfmann Gruppe. Das ist mein Teil. Ey, da war irgendwas. Das ist wahrscheinlich... Ein Auserwachsener war. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, was wir alles aus Versehen im Fight eingesammelt haben, um zu gucken, ob wir nicht irgendwas jemand anderes geben können. Hier ist zum Beispiel ein MP. Der reicht erst mal im Moni. Ja. Ich hab direkt wieder nächstes Level. Ey, da ist eine Waffenkiste. Ich öffne mal die Waffenkiste. Uh, Waffenkiste. Oh, na, glaub mich nicht. Was interessant ist drin? Ähm, Raketenwaffen. Oh, ja. Boah, ihr Leute, ich hab 10.000. Haben die nur so wenig Waffen gedrückt? Ey, ey. Ja, hier ist noch Medicate bei mir. Hier, Med... Wo ist die Waffenkiste? Hier liegt noch ein MP. Muni, Muni, Muni. Granate. Noch Medicate. Weil der macht Feuer-Damage. Irgendwas Schönes. Außer Medi-Kids. Und Geld. Ich glaub, ich hab... Warte, ich guck mal. Ich hab irgendwas einge... Oh, ich hab was eingelegt. Oh, Artefakte. Oh, Leo, Leo. Ja, ich komm. Guck dir das mal an. Säure-Artefakt. Ja, das fügt zu deinem Power-Skill Säure hinzu. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht. Was hab ich? Verbesser-Drawn-Skorpion-Geschütz-Skill und fügt Brandschaden hinzu. Das ist für mich. Das ist schön. Ja, Brand und Säure. Wo hab ich das jetzt hingepackt? Hä? Nein, du hast es in deinem Inventar und bei deinem Rucksack. Musst du das noch aktivieren. Ja, ich hab da drauf X gedrückt und jetzt ist es weg. Ja, es ist fein gelassen. Nein. Das ist Dreieck. Nein, jetzt... hä? Hast du mir zugehört? Und jetzt hast du das in deinem Skilltree. Ach, im Skilltree. Ah, ja. Ich seh's. Level 1. Ja. Nee, ich wusste nicht, wo ich das finde, deswegen. Alter. Die ging mir auf den Sack. Äh, haben wir oben die Kristalle da eingesammelt? Ja. Jo. Dann weiter, oder? Ey, wie viel leben habt ihr? Ey, hier oben ist noch eine Waffenkiste. Voll. Also insgesamt 325. Oh, da ist was für mich dabei, oder? Ja. Lol. Interessiert mich irgendwie alles nicht. Nee, das ist was für mich, aber ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Oh, da ist das ne Shotgun. Das ist keine Shotgun, nein. Das ist ne Shotgun. Scheiße. Okay, doch. Das ist ne Shotgun. Die Elektro ist Shotgun. Oh, ich nehm aber gerne die Granaten. Aber dann pack ich mir die ein. Packste die ein? Alles klar, dann nehme ich das MP zum... Oh, da sind die nächsten Kristalle. Oh, und da sieht's nach Gegnern aus. Oh, Banditen. Nett. Okay. Achso, ich bin nicht fertig im Loch. Oh, der Typ sieht... ...leicht riesig aus. Oh, der Typ sieht... Am, tam, tam, ja. Tschüss immer an, ja. Ja, wo bist'n du? Dir gar nix. Auf jeden Fall. Oh, meinst du den... Warte, meinst du den klein harten Schläger? Ja. Angeschossen. Und tschüss, Leo. Ja. Oh, ja, ich hab's eigentlich knapp... ...machst mich wieder überleben. Ja, wo bist'n du? Ah, da bist du. Wenn ich dich selber frage. Ja, schnell weg, auf Miano. Ey, ja. Bei uns läuft. Jiojo. Hallo. Am besten so, dass... ...einer von euch überlebt. Ja. Und mich. Jetzt danke. ich hab granaten ich hab granaten ich hab granaten was auch immer von den granaten ja genau mit dem pfeil waffenkiste auch an christian alter was ist da drin das solltest du die man unbedingt mal angucken der du bei mir das mal ja also nur so nebenbei ich hab dich ich hab dich vielleicht doch nicht ich habe ich muss nachhören sorry hier ist wieder ein mp ich bin gleich tot noch ein mp oh der ist knallhart hoppala egal ich bin jetzt danke hey der gibt mir richtig krass auf maul ne alter ja easy level up jojo warum du schon wieder nicht ey jojo guck mal hier in die waffenkiste das mp sollst du unbedingt mal geben ja warte kurz ich fiel mich knapp kurz auf das ist interessant ich brauch Muni ja ah sehr krass munition glattrap halt die schnauze ja wo du es gar nicht gegner geholt ne äh äh lol glattraps rettung haben die schon angenommen ja ne ja ich ey warum gibt es hier nur mps alter und wir sollten mal diese kristalle holen ja musst du einsammeln bist du weg auf die frist dieser karte dinge ja ich hoffe ich hole hier gerade kristalle ne ach du rollst alter macht der damage wo seid ihr ne ich komm dann mal ne achte meine granaten fliegen jetzt um das könnte ein bisschen komisch an sich anhören nein das hört sich gar nicht komisch an schuss 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 nein der will mich echt oh schuss oh ihr habt das ähh Leute hab ihn hab joo ich hab joo da bist du wieder schieß denselbe bitches du bist bei mir gerade im schild also sollte eigentlich Du, erstmal nicht verrägern. Oh, wie geil, das regeneriert. Das regeneriert fast schnell wie beim Skill, Alter. Das regeneriert für gut. Oh, jetzt wieder eine MP. Alter, fickt mich doch. Ich hätte gerne mal euer Sturmgewehr. Warte, ich muss noch Skilltree verteilen.